Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Obscurity mit Rothermoon und Ling. Hallöchen. Ich fühl mich mit den 17 Fackeln so dezent unwohl. Ling, komm mal her, ich geb dir mal die Axt wieder. Ich mach die nur kaputt. Nimm die mal. Ah. Na, ich sämtliche Erze, langsam aus wie wir hier rausgehen. So, als erstes machen wir mal so. Würde sagen, da ist ein Spinnenspawnert. Wie ich darauf kommen. Und die As haben wir auch wieder 23 mittlerweile. Wenigst das. Gar kein Spawner. Sondern in den Quests. Ah ja, warte mal. Ich hätt vielleicht gucken können, ob wir so'n Ding zufälligerweise schon gefunden haben. Was denn? Das... Ach so. Ich weiß nicht mehr, wie's... Ja, 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 dieses Ding da, ja, ja. Ach nee, Moment, ich hatte noch das Problem, dass wir einen Bekanntenförderer brauchen, was wir produzieren. Ja. Der hilft nur eins mehr, kann ich provozieren. Mhm. 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 Ich hab... Und zwei Enderperlen, nehm ich auch. Brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr, aber egal. Aber ich hab... Aber ich hab... Das ist ja das Witzige, ne. Ich hab jetzt dieses Ender-Schwert bekommen. Mhm. Das wir extra gecrafted hatten zuletzt. Ähm... Dann hab ich eben jetzt zwei von diesen Teilungssiegeln bekommen. Äh... Und... Und noch irgendwas, wo ich mir so gedacht hab, so ernsthaft jetzt. Ach nee, Quatsch. Das ist mal ein vermüsiger Bauter, der was kriegt man jetzt, ne? Ja. Ja. Ja, das Questbuch ist schon gut gemacht. Also rein theoretisch musst du ja vieles, äh, bekommst du ja vieles dadurch. Musst es teilweise noch nicht mal selber herstellen. Ja. Ah, wir haben's ja nicht so linear gemacht mit dem... Es geht nur in die Kisten daneben, weil ich irgendwas falsch eingestellt hab. Ich glaub, das macht keiner ganz linear. Wär auch langweilig irgendwie. Jetzt braucht man noch so ne, so ne Schaltfläche, die wir neben die, die, äh, neben das ME-System hinstellen, ne? So wie man's von den Silos kennt. Und dann stellt sich die Nom-Nom-Noms-Kiste drauf. Und wenn die dann da draufsteht, dann wird die ausgeleert und alles ins ME-Sub gepumpt. Gibt's sowas? Was? Der hört mir nicht mal zu. Ne, hab ich grad nicht zugehört. Sag, jetzt bräuchten wir so ne, so ne kleine Fläche, wo sich die Nom-Nom-Noms-Kiste draufstellt und dann automatisch ihr Inhalt ins ME-System gefördert wird. Wie so ein Silo. Also wir produzieren noch genug an, Paolo. Das geht nur abweg, weil die Kisten alle gleich weit entfernt sind. Muss ich mal irgendwann umbauen, aber für einen Moment reicht's. So. Na dann. Gut. Heißt. Ich hab aber jetzt nicht geguckt, ob ich noch was hast im Dungeon gebraucht hätte. Nö, das wär ja auch zu einfach gewesen. Eben. Lieber rennt man noch ein paar Mal. Eben, dann laufen wir einfach nochmal hin. Jaja, eben. Hm. Ich hab zu tun. Ist gut. Ne, beim nächsten Mal schick ich einfach jemand anderen so einfach. Ich muss ja unten auch nochmal wieder hin. Ach shit. Vergessen hier. Mach ich jetzt mal noch ein paar Quests. Mach ich gleich. Wackelwege schauen schon oftmals ziemlich witzig aus auf der Karte. Schon so ein bisschen, ne? Ja. Ja. Teilweise alle paar Meter mal nur einer. Und dann plötzlich so wump. Eine riesen, äh. Ja. Gucken wir mal an, wer von uns hergerannt ist. Ja. Wenn's Link war, das siehst du sofort. Jo, alle 130 Meter mal eine Fackel. Ja. Link ist so gerade noch, dass es sie nicht wieder hinter sich wegreißt. Das ist ja sowas. Ne Fackel, die man automatisch setzt und dann, wenn man zu weit weg ist, geht die automatisch wieder ins Metall zurück. Das wäre was für Link. Aha. Mit Taschenlampe vielleicht. Ne, so ein Bauhelm, der einfach mal leuchtet da oben. Ja, genau. Ist ja nicht da oben, dass da jetzt mittlerweile Holz ist. Das war ich. Cool. Sieht gut aus. Echt? Ja. 10 Kupfer, 10 Zinn, 10 Ferris, 10 Zero, 10 Lett für die Quest. Ein Seelenfragment oder viermal labiler Barren? Oh, 10 Ferris. Ne, nur Seelenfragment. Wir haben jetzt übrigens, ähm, am Ende wieder drei Stacks von der Cursed Erde, ne? Okay. Und dunkles ätherisches Glas. Was? Dunkles ätherisches Öl? Ne, weil, weil, äh, die eine Quest, die ich gemacht habe, gibt einen Stack von Cursed. Okay. Also, Rather, du meintest ja vorhin, was noch haben. Ich meinte. Ich hab was gemeint. Enderlilisamen hab ich. Okay. Wow, ist denn hier draußen los? Wow. Wow. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wo ist die Tür? Ah, 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 ah. Ah, Mini-Zombie. Ah, 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 ah. Hallo, bin da. War was? Goldmünz. Mit Goldmünz. Ach, dieses Wasser hier unten. Ah, ja. Na gut. Und da hinten noch. Was war denn sonst noch? Was war denn sonst noch? Was? Nein, ich bin nicht am Fest. Okay, dann mach ich die Quelle. Hier noch Gold rein. Ich wollte ja die ganzen in diesen einen Dings machen mit den Gold und Diamanten und alles, aber... Genau. Oh, du kannst ruhig du auch machen. Wird's gemacht. Mach ruhig. Alles gut. Ja, hab's gemacht. Oh, der goldene Beutel hat aber viel Platz. Ja. Ich pack ihn ins E. Ich brauch den nicht. So. Die Hölle ist leuchtendes Rot. Hab ich da mal irgendwann reingepackt. Das ist bei mir Quest. Ja, hab ich gerade auch durch eine Quest bekommen. Ja, ja. Wer wollte ja was machen? Na, passt schon. Bin schon bei nicht. Zuck, 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 zuck. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was ist denn magisches Holz? Was ist denn... Oh, cool! Unsere ganze Hühner sind weg. Was? Es ist kein Hühner. Hast du die Tür den Link? Nein. Wir haben auch genug Eier. Ja, das weiß ich aber, warum sind die weg auf einmal? Weiß ich nicht. Da ist sogar ein rohes Hühnchen drin. Die müssen irgendwo dann gestorben sein. Hier ist ein rohes Hühnchen immer in der Kiste. Okay. Egal, das erzeugt irgendwann wieder neue Hühner. Ist das nicht so das Problem? Ach nee, das muss da bleiben. Könnte man irgendwie das alles machen. Da hat Platz. Durch die Wind ist ja scheiße, das ist doof. Oh, wir haben uns dazwischen gepfuscht. Sorry! Ja egal, ich hatte eh nicht alles. Damit was baut man das denn dann ab, dass es so lange dauert? Banner. Was? Banner brauchen die schon immer so lange zu machen? Ich hab ne Axt. Jetzt war nur ne Stein Axt, aber hey. Die funktionieren noch nicht nur meine Werkzeuge. Ach stimmt, ja. Hast du noch ne Axt? Das muss da bleiben. Nein, aber jetzt. Okay, dann gucke ich mal kurz. Sieht das mit so einer Schablone machen? Ah, ich krieg das schon hin. Ach komm, ist egal. Ich vermute mal, ich brauch so ne Axtschablone und muss die in die Schmerze reinpacken, oder? Und dann da so ne Axtschablone. Die Arme Hühnchen sind tot, sind alle tot, die Hühnchen sind alle tot. Das finde ich nicht gut, dass die Hühnchen tot sind. Da noch drin? Ich mochte meine Hühnchen. Jetzt ist auch mit dem Ofen, oder muss ich das mit der Schmelze machen? Was? Ne Axt herstellen. Musst du mit der Schmerze machen. Hat was ausgeprost. Könnt ihr mal bitte im Sehnten ein paar Quests annehmen? Warum sollten wir das tun? Ich möchte die Items davon kriegen. Der Schmiede sind übrigens noch 28 Goldbahnen gewesen, ne? Noch mal so nebenbei bemerkt. Ja. Läuft bei uns. Hast du denn schon wieder alles hergestellt? Im Zehnten bei dem ME zurück. Zehnten? Ich hab nur sieben. Nein. Du kannst roto scrollen. What the foo? Wo kommt denn das hier? War schon die ganze Zeit. Hab ich noch nie gesehen. Was brauchst du denn? Kapazität oder Beschleunigung? Na ja, Beschleunigung. So, für wir sterben brauchen wir keine Herzchen. So, das ist auch fertig. Das waren eh nur die drei. Können wir mal ein bisschen Platz brauchst, ne? Ich hab ein bisschen Platz, äh, gerade erschaffen. Ja. Ja, Moment. Ja, Moment. Ach, steht die Letten. Die brauche ich noch. Mit dem ME-System kann man hier übrigens auch, äh, Flüssigkeiten lagern. Na? Das heißt, unsere Tanks unten können wir auch bald dann loswerden. Wie krieg ich denn das raus, wenn da noch was drin ist, oder vermischt sich das Luminate nicht mit Eisen? Nee, vermischt sich nicht. Ähm. Ja, aber das wird halt jetzt hier automatisch grad gebraten, das Erz. Was wird was? Gebraten? Wo? Wie? Ich brauch Eisenerz, aber das wird grad automatisch jedes Mal wieder aus dem ME rausgesucht. Man brauchst du Eisenerz. Nicht drauf Eisen. Ups, das hast du's kaputt gemacht. Kannst doch Eisenbarren nehmen. Ey, der da rüber, da rüber ist rot, ich muss mal ne Fackel da rüber aufhängen, so. Komm da nüscht mal rein. Hier links, wenn du Platz brauchst. Soll ich dir zeigen, wo du was hinbauen kannst? Moment, ich hab grad was gemacht. Ja, der hat viel kaputt gemacht. Komm nicht an mein Eisen. Stimmt. Na gut. Na guck ich so lange meine schönen Reward-Bags. Einen Mankini, wow. Und einen Bruchsteinblock. Könnt ihr mir jetzt die ganzen Items da aus dem Zehnten geben? Und einen Zehner? Ich hab nur sieben. Runterscrollen. Ich weiß doch, Mensch. Was wolltest du denn haben? ME Export oder Import? Beides, ne? Krieg's beide. So, was gibt's denn dann noch? Hab's dir schon... Leere Schablonen oder Reward-Bag? Reward-Bag. Oder warte, bei welcher bist du jetzt? Bei irgendwas anderem. Krieg's eh beides glaub ich. Nee, das ist falsch. Warte mal, das muss ich nehmen. Entschuldigung. Kabel-Fassade oder Kabel-Anker? Kabel-Anker. Boah. Boah, es dauert. Julia, hast du auch schon alle angenommen, weil der Warn ist nochmal zwei, die ich gekocht hab? Achso, das sind nochmal welche gemacht. Kapazität oder Beschleunigung? Beschleunigung. Boah. Boah. Da krieg ich ja nix dafür. Kabel-Fassade, Kabel-Anker, Kabel-Anker. Okay. So, hier ja. Ich schmeiß dir alles dahin. Das da ist da raus und das ist da raus. Der ME-Controller ist da raus. Das ist irgendwie da rausgekommen. Das ist da rausgekommen. Und das ist auch da rausgekommen. Hier, Julia's Kiste friske alles auf. So. Hier ist noch was. Und hier ist noch was. So, okay. Hab alles. Also die Kiste hat alles, wollte ich sagen. Hahaha. Kiste, bleib mal da. Ich hab schon alles rausgenommen. Die Kiste hat nochmal irgendwas gefressen. Was hast du denn jetzt? Hallo, bleibst du mal stehen hier? Kiste. Hier, Link, jetzt guck ihr mal noch in den Raum an. Schnell. Die Folge ist schon längst ein Minute überfällig. Guck, schnell, Link. Ich lass mir noch die zwei Festplatten craften. Ich hab sie schon so gut fertig. Und jetzt hab ich sie fertig. Ich muss nur noch reinlegen, damit zum nächsten Mal genug Platz ist. Ist doch noch genug. Okay. Kiste. Hier, da durch das Hühnerhof, wenn man hier direkt den Aufgang verbaut. Was? Reicht das mal wieder? Reicht das mal wieder, oder? Ja. Dann kann ich das Mähzeug sogar hier hoch verlegen. Kannst du ja unten lassen. Ja, oben ist nur das Dach. Das ist wieder ganz normal. Das hab ich nur noch oben auf einen höher verlegt jetzt. Ja. Die Ärzte werden automatisch verarbeitet. Die Quarry arbeitet schön. Ich bin ja sowieso der Raumschaffer. Ja, alle Raumschaffer hab ich gebaut. Die, die, die Flaggen kommen übrigens nochmal weg. Ach ja, weil sie hier hinten. Kommt mal, kommt mit. Da könnte Flaggen ja umhören. Oder hast du zufälligerweise ne Axt? Ja, ne Axt hab ich. Weil, dann könntest du mir die geben. Lein. Unser Feld hab ich auch umgebaut. Boah, du hast die gesoundmuffelt? Natürlich. Boah, wie gemein. Boah, Tiere. Wie kannst du die lieben Viecher soundmuffeln? Weil die so laut werden. Können wir dann auch mal anfangen zu automatisieren alles? Ja, ja. Jetzt mit dem ME-System. Jetzt mit dem ME-System können wir ja dann anfangen alles zu automatisieren. Ab ins ME-System und so. Genau. Bis zum nächsten Mal sollten wir genug Ärzte haben für unendlich Festplatten. Ich denke auch. So, da wir jetzt auch schon bei 17 Minuten sind und sowieso, dass das die letzte Folge diese Aufnahme ist, äh, Hören wir jetzt auf und ihr seht uns einfach, äh, morgen wieder. Genau. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!